Ich mache mir nur zu viele Gedanken. Zu viele Gedanken. Zu viele Gedanken. Zu viele Gedanken. Gedanken. Ja, Schockerin. Dann warst du das also. Die ganze Zeit... Was ist dein Bruch? Du nicht so blöd. Du bist es gewesen. Derjenige, der mich die ganze Zeit beobachtet hat. Du warst es, richtig? Ähm, wovon redest du da überhaupt? Hast du mir nicht zugehört? Du hast... Oh, Mann. Kannst du mir auch verraten, warum ich dich überhaupt beobachten sollte? Was meinst du mit warum? Naja, weil eben... Dein Gesicht ist rot. Hast du Fieber oder so? K-Klappe. Wir werden kämpfen. Und zwar jetzt sofort. Ich werde schon herausfinden, ob ich gegen gemacht werde. Warum benutzt du deine Fähigkeiten? Was macht ihr denn? Oh, ähm, das war nur... Ah, Verzeihung. Sie wollte nur ein klein wenig rumspielen und... Was? Ich wollte gar nicht. Schon gut. Wir haben verstanden. Es ist schon fast Sperrstunde. Geht schnell nach Hause. Hm, hier ist alles in Ordnung. War nur ein Pärchen, das einen Liebesstreit hatte. Pär? Wie kommt der auf Liebesstreit? So, jetzt aber ab nach Hause. S-Sofort! Ah! 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 Ah!